Poco X3 versus Realme X2. Welches Gerät ist besser? Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design Bei der Kategorie Design ist das Poco X3 mit 53 zu 49 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus. Spritzwasserfestigkeit. Das Realme X2 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 43 Gramm leichter, 1,5 Millimeter dünner, 6,6 Millimeter kürzer, 1,6 Millimeter schmaler. Und 19,9% geringeres Volumen. Bildschirm Beim Punktbildschirm ist das Realme X2 mit 70 zu 58 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 2% höhere Pixeldichte. OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Und Bildschirm ist immer an. Das Poco X3 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 2,6% höhere Auflösung. 4,2% größere Bildschirmgröße. Und besitzt ein IPS-Panel. Leistung Beim Punktleistung ist das Realme X2 mit 83 zu 79 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 128 GB mehr interner Speicher. Und hat AES. Das Poco X3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,3% schnellerer Prozessortakt. Und 125 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz. Kameras Bei der Kategorie Kameras ist das Poco X3 mit 74 zu 58 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 6,6% mehr Megapixel der Hauptkamera. Hat einen Blitz mit Dual-LEDs. Hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es hat einen manuellen Fokus. 0,7 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera. Eine Blitz-LED mehr. Und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Das Realme X2 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera. 4,8% größere Blende bei minimaler Brennweite. Und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio In der Kategorie Audio gewinnt das Poco X3 eindeutig mit 83 zu 58 Punkten. Es punktet hier mit folgendem Vorteil. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. In der Kategorie Akku ist das Poco X3 mit 66 zu 64 Punkten sehr knapp vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. 1,5-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Poco X3 sehr knapp mit 80 zu 78 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Hat einen Infrarotsensor. Und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Das Realme X2 kann auch Punkten mit folgenden Vorteil. Unterstützt Galileo. Ergebnis Mit 71 Punkten liegt das Poco X3 in der Gesamtwertung deutlich vor dem Realme X2 mit 65 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen für welches Smartphone ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Beideuel